Team Team Team, die haben Autos Und Sniper Das ist ein schlechter Fall, ich glaub das ist ein sehr schlechter Fall Ich bin tot Ich leider auch Kann mich jemand resten? Ich springe in den Schnee Ich bin tot Schnee ist nicht gut Ich dachte Oh mein Gott Wie ihr trollt Ich werd be-rest vom Bot Mit weinen Na fast, du bist doch fast Und ich sag euch warum Oh mein Gott Das ist so ein Rocket League Auto, das ist Rocket League Spiel Hallo Leute, ihr seid alle drei an Fallschaden gestorben Weil ihr von der Brücke gesprungen seid Also wer trollt? Ich bin tot, Leute, ich brauch Hilfe Facehugger, habt ihr ne Schaufel? Habt ihr ne Schaufel? Habt ihr ne Schaufel? Niemand hat ne Schaufel Mann, ich hab sogar extra nach oben gekriegt Also du bist der Meinung, ich bin safe, oder Shoshi? Ich verkünd' dir heute, es war Knechti Absolut nicht Aber guck doch nochmal hoch Nee, nein Ich bin wieder ein Vogel Immer wieder reinspringen Lass, wir alle jetzt Einfach nur durchhalten, Jus Einfach rein Einfach rein Bringt euch einfach um Einfach umbringen Zündet den Oven Lass zündet den Oven Lass zündet den Oven Zündet den Oven Let's go Ich bin der Hände auf ein Game, wo du nicht arsch bist Danke für die Motivation, Digger Let's go Eins von drei Es ist nicht nur ein Yippie-Freund, es ist Freddy! Ja, der wurde neben mir gepackt. Du musst mit mir da rüber. Ja, ich glaube ich schütze einfach gegenseitig im Weg hier. Und dann machen wir die nass. Ja, ja, ja. Leute, Hanno, was da passiert? Das habe ich noch nie gesehen. Was da passiert? Herr Klörg, guck mal, siehst du die Laufanimation? Oh, ich habe hier einen insane Bug. Vielleicht kann das mal wegklippen. Ich sehe sie nicht. Aber ich würde gerne wissen, wer das ist. Ich sehe Asics, unabhängig davon, wo er... Asics, kannst du mal stehen bleiben? Ey, lass... Ja, lol, Asics, ich kann dich über... Ich habe eine Überwachungskamera auf deinen Char. Egal, wo du bist. Ich sehe, was du machst. Guck dich mal. Woah! Woah! Was? Ich wollte gerade in den Schneeband rein und er ist da drin. Willst du einen Schnee... Ja, aber... Was ist da noch passiert? Ja, da bist du eine Lampine getreten, der Idiot. So, wer... Bei dem Rauch. Guck mal, da liegt noch etwas Graues. Warum hast du das nicht mit aufgenommen? Ey, guck mal, ich trage hier meine Kiste. Ich habe meine Kiste mit Cola. Hahahaha! Hahahaha! Nicht gut! Hahahaha! Hahahaha! Hoffe ihr habt... Aber ich bin wenigstens an der Landmine gestorben. Landmine ist doch gar nicht mehr so dumm. Landmine ist schon gut. Was? Was? Ich habe leider keinen Skorp Jungs. Alter, seid ihr solche Star Wars Fans? Hä? Warum? Ich schaue da gerade zwei Stormtrooper zu. Oh mein Gott, Bruder. Ich wusste, dass er kommt. Ich wusste, dass es kommt. Was ist das? Was stimmt denn nicht, Finna? Was war das? Sie hat selber angefahren für einen Boost. Ja, genau. Einfach so ingenious Flash. Holy... Es ist Freddy Fazbear! Es ist Freddy! Ich verhindere den Tresor noch! Ich verhindere den Tresor noch! Hahahaha! 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 Ich hab alle drei! Ich hab die gewiped! Oh mein Gott! Hahahaha! Auf dem Radar noch gesehen, dass ich lebe. Warum bist du abgehauen? Hahahaha! Du lebst, ey! Hä? Du hast doch gelebt? Ich bin tot! Nein, der Mann bin nicht. Er hat runtergesprungen. Er hat es sich. Ich bin nicht tot! Ich bin nicht tot du Schwäzzer! Oh, ho, ho, ho! Oh mein Gott! Du hättest die Runde fast gewonnen. Oh, ho, ho, ho! Hier hinten kommt Mel die Treppe hoch und kriegt das Messer ab. Das war der beste Schulranzen der Welt. Das ist gelohnt. Nein! Der passt mir nicht. Ich hab hier leider was. Nein! Oh, das war so gut. Er hat dich gesehen. Nein! Aber pass auf. Er schlägt nochmal ins Window. Er ist in den Schneemann gegangen. Er ist im Schneemann. Er ist im Schneemann. Wohin! Ne. Ja. Es ist peinlich. Muss los. Muss los. Dieser Move mit dem Schneemann. Warum wird mein Corn als dumm bezahlt? Ja so. Ich will es nicht sagen, aber der ist, kann sein, dass der wirklich sehr dumm ist. Ich vertraue euch jetzt einfach auf eure Gaming Skills. Ihr seid doch alles Gamer oder nicht? Ich bin tot. Ich bin down. Kann man es schlagen im Game? Ja. Das ist er noch. Tolkien hat ihn mit der Pickaxe gekillt. Er hat mich emotet, als er mich getötet hat. Er wurde von der Pickaxe getötet. Warum denn nicht? Guck mal, das ist Karma. Ja? Und das ist jetzt auch die Gewinnerrunde. Geh weg, Tolkien, renn! Aber das bringt doch nichts. Ich hab ne Idee, wir kiten sie hier rein. Wir kiten sie hier rein. Jetzt ummoven wir sie. Ja genau, ummoven sie. Geht da unten wieder die Treppe runter. Ich werfe ne Flap. Ich bin blind! Hast du es geplant? Lauf! Ja, das brennt leise. Schei... Tolkien! Ja, ich renne, aber ich seh nicht. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse! Tolkien, es ist mir scheißegal, bitte ich. Da ist die Spinne! Scheiß auf den Loot! Scheiß auf... Ist mir kacke egal! Da ist einer von hinten geflogen. Ja, dann war es der Blauli. Was heißt denn von hinten? Hä? Oh Gott! Hallo! Von hinten! Er schreckt mich doch nicht so! Das hab ich Falsche anbekommen! Ja, aber das hab ich doch nicht... Oh Gott! Der hat doch nichts gemacht! Was denn? Da waren doch alles da innen! Das riecht ja... Ohhhh! Was ist das? Wohin! Sorry... Das muss ich machen, um reinzukommen! Das sah so... Alter Dolchini, das sah so geil aus bei dir! Genau! Yuuji no keo kre! Klö, wo bist du? Klö, wir haben ein paar Schwerter für dich! Wo bist du? Scheiße! Der war ne einzig gute... Der Locher! Wuhuu! Jaaa! Komm, komm, bitch, komm! Da bin ich doch schon wieder! Okay, es war richtig geil, gerade. direkt vor uns jetzt hier einer daunen noch einer daunen noch einer daunen noch einer daunen ich krieg die ganze schaden ich sterbe gleich und ja du kannst auf dem dach an die hill station genau bei dir jetzt genau stehen bleiben wurde perfekt kriegst du immer noch schaden ich glaube das geht dann aufgehört ich habe es gehe geheilt was ist denn jetzt schon wieder los ein heavy der wollte das mit dem fass machen oh mein gott ja okay orange war bei mir das war oder es ist orange und purple hier mal sehen ob die sterben wenn die uns verfolgen asics pass auf ich habe da was vorbereitet komm bitte hat es geklappt ja ich habe nein ich habe ein jump head vor das jump head gelegt aber meins muss ich ja nicht so weit und da siehst du ihn fliegt einfach smart oder kommen sie wieder nachdem sie revivet wurden okay okay was tut ihr da ohhhh noch ein weiter tot da muss man auch die ist gar nicht so gut kann das sein also klar es ist immer noch eine nurse aber ich glaube die ist nicht hundertprozentig begabt ne bin mir sogar sicher dass sie nicht sehr begabt dallo du weißt wenn ich dich sehe schließlich versuch's da muss alter ich ist ja alles tot im gang ja ich kann dich da auch noch hinlegen wir schaffen das wir schaffen das ja aber ich werde sterben ja okay versuch's zu fangen ja die liegt doch da knechti knechti oh mein god wir haben die quota geschafft egal ob ihr es schafft oder nicht holla wir haben es geschafft der ist der radridi am arsch der lager das war's gleich das war's gleich nimm den Hubs Jungs let's go komm ron komm ron passt auf da kommt Feueratmen nicht drin stehen ja ein HP ein HP ein HP ein HP ein HP ein HP ja alle in die Mitte alle in die Mitte zum Brunnen zum Brunnen zum Brunnen was machen wir da was machen wir da einfach reinstellen einfach reinstellen oh mein fucking god nein wir haben es wir müssen noch hier stehen bleiben oh mein god Basti wäre so stolz what the fuck oh mein god krank let's go we did it Alter first try let's go so geil holy fuck oh mein god let's fucking go gute Arbeit oh